Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProLive TV hier aus den Schulungsräumen der ProLive GmbH in Ingolstadt. Wir hatten in der letzten Zeit sehr viele Touren. Wir waren letztes Jahr Ende 2017 mit der großen Erfolgstour in ganz Deutschland unterwegs, hatten knapp 500 Teilnehmer und auch im Frühjahr waren wir wieder mit unseren etwas kleineren Workshops unterwegs, die natürlich dann die Interaktion deutlich erhöht haben. Und diese beiden Workshops haben uns natürlich jetzt bestätigt, das Ganze weiterzuführen. Deswegen haben wir neue Konzepte ausgearbeitet und ab Mitte September 2018 sind wir wieder für Sie in ganz Deutschland unterwegs. Stationen sind unter anderem Dresden, Düsseldorf, Soltau, Stuttgart, Regensburg, aber auch in Ingolstadt. Wir decken also das gesamte Bundesgebiet damit ab. Mit dieser Nachricht lassen wir Ihnen einen Link zukommen, über den Sie sich dann anmelden können für die jeweiligen Termine. Pro Veranstaltungsort haben wir wieder zwei Seminare ausgearbeitet, die an verschiedenen Tagen sind. Sie können also an beiden teilnehmen, wenn Sie möchten. Es unterteilt sich in Basic und Sales, wie das davor auch schon war. Auf der Anmeldeseite kriegen Sie dann auch noch News, wer sich für Basic eignet, wer sich für Sales eignet und welche Agenda da jeweils zur Verfügung steht. Ich freue mich natürlich, Sie da einladen zu dürfen. Für alle Geschäftspartner von uns, alle aktiven, exklusiven Geschäftspartner ist das natürlich kostenlos. Aber auch alle Personen, die uns kennenlernen wollen, alle, die mit uns zusammenarbeiten wollen und dieses wirklich wahnsinnig gute Produkt endlich in die Tat umsetzen wollen, die können wir natürlich auch exklusiv und kostenfrei einladen zu diesem Seminar. Einfach dem Link folgen und kurz die Daten eintragen und dann sind Sie Teil dieser Tour, die unter dem Motto Road to Success steht. Das heißt, wir wollen mit Ihnen zusammen Ihren Erfolg maximieren, Ihr Verkaufsprofil schärfen und natürlich auch mal schauen, was ist in diesem Markt Lebensversicherung denn überhaupt los. Ein sehr dynamischer Markt, in dem ja wir der Marktführer im Bereich Factoring von Lebens- und Rentenversicherung sind. Ich freue mich, Sie recht herzlich begrüßen zu dürfen, dass Sie auch zahlreich zu uns kommen. Melden Sie sich schnell an, unsere Erfahrung zeigt uns, dass die Plätze doch relativ schnell weg sind und ja, dann freue ich mich, dass wir uns ab September 2018 wieder in ganz Deutschland sehen dürfen und da vom ganzen Team der ProLife GmbH aus herzliche Grüße an Sie raussenden. Machen Sie es gut! Machen Sie es gut!